Sie zeigten sich erleichtert, dass es keinen Krieg mit dem Iran gibt. Aber wäre eine Zerstörung dieses Terrorregimes, bevor es über Atomwaffen verfügt, wirklich so eine schlechte Idee? Natürlich nicht. Die Iraner verdienen auch Freiheit und zumindest tun sie so, als ob sie mehrheitlich gegen das Regime wären. Natürlich wäre das toll. Aber Krieg ist prinzipiell, ich habe nicht, ich glaube auch, dass man anderen Völkern, also jetzt kommen wir ins Politische, in meine persönlichen Ansichten. Ich bin sehr wohl der Ansicht, dass man anderen Menschen dabei helfen sollte. Sie wissen, Freiheit ist für mich extrem wichtig. Und nicht nur die individuelle, sondern auch die gesamtgesellschaftliche. Und das beinhaltet für mich auch, dass man anderen Nationen und anderen Völkern dabei hilft, frei zu sein. Also auch dem Iranischen. Auch das iranische Volk hat es verdient, in einer pluralistischen Gesellschaft zu leben, in dem diejenigen, die westliches Leben führen wollen, genauso leben dürfen wie diejenigen, die ein orthodox-islamisches Leben führen wollen. Keine Seite sollte halt der anderen es diktieren dürfen. Also Pluralismus auf gut Deutsch. Die Frage ist es, ob man das mit Töten erreichen kann oder will. Und die andere Geschichte ist es, hätte es ein israelischer Luftschlag gegen das Atomprogramm bedeutet, würde deswegen das Regime zusammenbrechen. Es gibt Hoffnungen, es gibt Erklärungen, es gibt Vermutungen, aber das ist keineswegs sicher. Denn in dem Moment, wo auf iranischer Seite Opfer entstehen, tritt auch ein Solidarisierungseffekt ein. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Kominé-Regime begonnen hat, Säuberungen im Iran durchzuführen. Es hat massenhaft Menschen ermordet. Und dann griff der Irak an. Und dann war für den normalen Iraner die Wahl, will ich einen ausländischen Invasor unterstützen oder mein Land, was gerade Mist baut. Und da war für die meisten Iraner oder für sehr viele Iraner die Wahl einfach. Sie haben sich auf die Seite ihres Staates geschlagen und damit auch der Konsolidierung des islamischen Regimes gedient. Denn das hat das Volk hinter sich geeint und konnte dann an seiner Konsolidierung arbeiten. Das heißt, ein Angriff auf das Regime heißt keineswegs, dass es automatisch fällt. Das kann auch dazu führen, dass es die Anhänger mobilisiert und die Opposition erfolgreich unterdrückt. Also das ist nicht so einfach zu beantworten. Aber prinzipiell wünsche ich dem Iran die Freiheit. Und ohne westliche Hilfe wird es schwer werden für das Volk. Die haben es ja jetzt immer wieder versucht, sich die Freiheit zu bekommen. Wir erinnern uns an die Wahl von Ahmadinejad, wo es die Unruhen gab. Bis jetzt zu den Frauenaufständen. Ob das reichen wird, weiß ich nicht. Sie haben meine Unterstützung. Ich wünsche den Iranern die Freiheit. Das heißt nur nicht, ob ich glaube, dass in dem Moment das Richtige gewesen wäre. Und mir fällt es schwer, Krieg zu bejubeln an sich. Auch wenn Krieg mitunter notwendig ist. Unvermeidbar ist es trotzdem nichts, was ich großartig finde. Und in der geopolitischen Situation jetzt ist es auch nicht das Allerbeste. Das kommt dann noch hinzu. Also steigende Ölpreise sind alles andere als was Tolles. Weder für die westliche Wirtschaft, noch für die Ukraine, noch für, ja gerade, das sind die Punkte. Auch Taiwan wird darunter leiden, wenn es einen Krieg mit dem Iran gibt. Denn wenn der Iran die Straße von Hormuz zuschließt, dann steigt weltweit das Elend. Also das ist gut, dass das vermieden wurde. Das denke ich mal, ist definitiv ein gutes Ergebnis gewesen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung. Und dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist.